Für jeden Besteller auf der Party gibt es das Willkommensgeschenk, den Maximilian mit 0,5 Liter Fassungsvermögen. Den 7,5 Liter Maximilian gibt es als Party-Highlight. Das Maximilian-Set gibt es zum Vorzugspreis von 40 Euro. Natürlich könnt ihr auch die einzelnen Schüsseln bestellen, fragt einfach nach. Das Trio Elegantik mit One-Touch-Deckel gibt es zum Preis von 34,90 Euro. Den Universalbehälter mit 1,5 Liter Fassungsvermögen gibt es für 19,90 Euro. Für alle, die gerne mehr kochen, gibt es den Ultra mit 5,7 Liter Fassungsvermögen zum Vorzugspreis. Die Geflügelschere gibt es ebenfalls mit einem saftigen Rabatt. Beim Kauf eines Adrettos bekommt ihr aktuell den Shell-Fix gratis dazu. In unserem beliebten Ü-Beutel ist diesmal garantiert der Kaffee- und Go-Becher dabei. Alles in allem einen Wert von 50 Euro, den ihr für 29,90 Euro kaufen könnt. Als Dankeschön für die Party-Einleitung gibt es sowohl den großen als auch den kleinen Top-Shaba geschenkt. Bei einem Party-Umsatz von 300 Euro darf sich die Gastgeberin einen Artikel zum Haubenpreis aus unserem Katalog aussuchen. 450 Euro und eine neue Party-Verabredung ist nötig, um die 8 Cornettis und den Deko-Zauber zu bekommen. Ab einem Umsatz von 600 Euro und einer neu verabredeten Party gibt es dann unser Griffparall-Set oder Sterne aus dem Katalog. 4. 6. 7. 10. 9.